Ja, hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry Primal mit mir, dem Darky, dem Priest, dem Darky Priest, ja und Leute, wie soll ich sagen, ja, ich mache genau da weiter, wo ich in der letzten Folge aufgehört habe. Jetzt ist bloß meine Frage und zwar, was machen wir denn weiter? Schauen wir doch am besten mal hier unten in die Korte rein, wie spät das ist, was hier, Venture helfen, Eskorte, bringe eine Gruppe Venture in Sicherheit, Leicht, Belohnung, Bewohner, Besonderheit, ein Fähigkeitenpunkt, ja, dann machen wir doch das hier, gut, so, zurück, wo ist denn das? Ah, schau, da habe ich jetzt alle Pfeile wieder, Kuh, Bäm, ah ne, herstellt, Bäm, 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 gut, schön, ah, guck mal, da hinten, Schweine. Ja, schwenkt nur hoch. Lange zielen, Mann. Was ist denn mit dem? Was ist der denn? Ach, da bist du. Ja. 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 Wo bist du denn? Oh, ich sollte mal was essen mit Mh, lecker, das war gut Na, ich geh mal lieber weiter Den Dingsfolgen hier Weil die Eskorte Wollte ich ja jetzt sind diese In dieser Aufnahme noch beenden Mal sehen, wie schwer die ist Ich klopfe jetzt wieder keine großen Sprüche Um nachher vollkommen zu Losen So, guck mal da vorne Mammutze Okay, da unten wäre ich drauf gegangen Mann Und ich bin nicht Ulu Mammut Oh, dann hören wir uns mal an Mein guter Kommt da, da, kommt da Ulu, Uluwölfchen Hab ich mir in der letzten Folge In der letzten Folge Hab ich mir den Getamed Sagen wir mal Hupa Halt, halt, halt Altbeisen Ah, hier können wir runter, ne Kriegen wir hin Kriegen wir hin Wölfchen, kommst du? Ulu Wolf So Ach, guck mal da unten Blaue Blüe Wölfchen Da bist du Wölfchen Wenja helfen, eskorte Der Regen hat Hütten überflutet Dein Volk muss höheres Gelände erreichen Eskortiere sie zu ihrem Ziel und verteidige sie Befreie Wenja Schließen sich deinem Dorf Befreite Wenjas schließen sich deinem Dorf an Akzeptieren Ach, das da drüben ist die Eskorte Ok Du bist ja ein feiner, ein ganz ein feiner, ja du bist ja ein feiner, ja bist du ein feiner. Ein ganz ein feiner, ja ich kann überhaupt nicht mehr aufhören, ja bist du fein. Mut, du bist ja, ja du bist ja, ja du bist ja. Luffy? Schussi, Schanschanti. Oh Wolfi, bist du da? So. Scheint hier also eine abenteuerliche Reise zu werden. Oh, Double Hatcher, du Schwein. Ich schläg's mal an um ein Tier, du Schwein. Wolfi? Wolfi, du schlägst dich. Was ist das? Achso, habe ja keine Reload. So, erstmal gucken, was wir gemacht haben hier. Hier gab es, hier gab es. Hier oben woanders hingeschossen ist, ist mir jetzt egal. Alles gut bei dir? Krass, okay, haben wir schon geschafft. Ah, ein Geistertotium. Ja, komm mal her, du kriegst was zu essen. Oh, cool. Also gut, haben wir ja schon meine Aufgabe erledigt hier. Gut, würde ich sagen. Warte. Jetzt. Hier, darfst du wieder nach Hause gehen. Tschüss. Und ich. Ach, da oben gibt es ein Leuchtfeuer. Könnte natürlich anders Leuchtfeuer machen, ne? Muss ich hier hoch? Bap. So. Gut, dann hole ich mir doch meinen Wolf wieder. Ach, der pinkelt. Warte mal, im? Was ist denn hier? Hier ist doch gar keine. Was ist das hier? Venture helfen, Befreiung. Venture helfen, Befreiung. Und hier ist Venture helfen, Bestie töten. Viele XP und Tierheide. Das hier, Schwierigkeit leicht. Bewohner. Alles machen wir so. Also gut, dann gehe ich jetzt hier hoch. Ja, komm. Also machen wir das so, Mensch. Hier, irgendwie mal Butter bei den Fischen. Wir können ja nicht die ganze Zeit nur die wunderschöne Karre angucken. Nee, hier geht's nicht hoch. Das geht nicht, ey. Kommst du, Foxradt? Wo bist du? Kommst du jetzt hier hoch? Das kann ich jetzt nicht so wirklich sagen, aber das werde ich ja wohl noch. Nein, komm, doch, komm mal. Okay. Okay. Yeah, baby, man. Also ich will ja nichts sagen, aber wenn das kein Treffer war, dann gucken wir erst noch hier irgendwie noch andere Affen hier rumrennen. Nein. Gut. Okay. Ähm, ich würde jetzt aber trotzdem sagen, Tierchen, du kannst nachhauen sie mir. Schrasch, schrasch, schrasch. Genau, schrasch. Den Rest schaffe ich hier auch alleine. Jetzt gucken wir hier eben, ob es hier noch irgendwas gibt. So, auf jeden Fall machen wir jetzt mal mehr Kuh und entzünden. Wunderschön, 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 mein lieben Freunde. So, was hat der denn hier? Bevölkerung 6. Hat der vielleicht noch was dabei? Ach, weißt du was, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich reise nach Eben, da ich ja hier wieder hin kann. Und hier ist ein Kapal-Außenposten. Okay. Was ist denn hier unten? Lagerfeuer. Da oben hatte ich, glaube ich, auch ein Lagerfeuer, ne? Okay, Lagerfeuer, hoher Platz. Ne, dann würde ich mal eben hier hinreißen. So, jetzt schauen wir nämlich mal, wie sieht das denn hier aus? Ach, guck mal. Hallo. Boah, krass, die bauen hier ein Dorf. Cool. Hallo, ihr Lieben. Guarpati, genau, man. Was ist denn hier los? Boah, für die mega Höhle, oder? So, jetzt schauen wir nochmal, draußen im Dorf, was hier geht, was es gibt. Ah, guck mal. Boah, das ist jetzt gerade... Da ist sie doch. Hi. Aber sie ist schon da, Mann. Wenn wir nur dafür kein Waffen... Suche Hüttenrohstoffe überall in Oroos. Drücke H um und durchstirbe die Dorf- und Taschenmenüs für weitere Informationen. Wenn du genügend Rohstoffe gesammelt hast, kehre in das Dorf zurück und suche nach Hütten, die sich verbessern lassen. Ja, also suche Hüttenrohstoffe überall in Oros. Drücke H. Okay. Zurück. Also gut, drücken wir mal H. Hier. Stammesangehörer 16. Okay. Cool. Nicht 16, Entschuldigung. Also Silias Hütte kann ich schon eigentlich... ...machen. Hirschhaut, Alderholz. Also Silias Hütte. Wo ist denn die Hütte von Silias? Hier. Hier. Na, da hat er auch wieder mal was gebaut. Hier, hier. Grandi Kohones, Mann. Smarkata. Das will ich aber auch sagen, Antanus. Missionenversieler, die Sammlerinnen, Sammlerfähigkeiten, Fährte-Tarnung, Feuerfest und die Nahrung in der Zettler Geschwindigkeitsbooster finden jeden Tag kostenlose Gegenstände. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. nicht aber es gibt es hier oben noch eine hütte verbessern meine auch noch mal mann ja mann freut euch ich finde es klasse überlegungsfähigkeit bogen upgrade kein upgrade stachelbombe wurfgeschoss ja baby so muss das sein jetzt schauen wir gleich mal was kann ich hier machen fähigkeiten primitive heilung zwei steppe meine helder ein gesundes bank wieder her bis zu drei können insgesamt kann ich hier noch mal heilen im sprint gesundheitsregeneration teilweise gelehrte gesundheit automatisch viel schneller gibt es nicht noch mal pflanzen gut andererseits pflanzen wie viel habe ich dem xp 5 rohstoffe finden finden beim sammeln mehr holzstücke steinschilf tonen und steinstaub das stimmt eigentlich das würde sinn ergeben sucht gegen automatisch werden du einen takedown ausführen 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 take down deine mutter takedown primitiven heilung zwei verbesserte gesundheit machen wir das noch kann ich das jetzt nochmal das kann ich machen heilen im sprint gut schauen wir uns doch mal unsere hütte an hier ja hier sieht es doch mal also aus also aua nicht durchs feuer laufen männer durchs feuer laufen hat mich gelöscht schick was denn was du du bist ja auch eine schöne mit einer knübbelnase jetzt was hast du denn zu sagen ja mit was mit recht mein freund mit recht ja und deine mutter auch den kenne ich doch noch so aber jetzt weiß ich gar nicht also schamanse ja für dich verbessere ich fast alles hier und jetzt halt mal wieder ich habe und wohnung missionen vertenzen den schamanen schamanen fähigkeiten 1500 xp akzept So. Ja, was kannst du ehrlich sagen, Leute? Jetzt haben wir erst so viel geschafft heute. Also in dieser Folge. Jetzt hüpft halt. Spring, du Schmei. So. Richtig richtig schnörke hier schon unsere kleinen Höhlen-Partys. Mensch. Sieht ja aus, als ob wir das könnten, was wir da wollten. Jetzt mal eben kurz. Das sieht schon geil aus, ne? Was hat er denn? Haimas, Haimas, deine Mutter Haimas. Also, sie zieht ein Messer. Die verendete... Ja, das habe ich leider nicht. Ne, kann ich noch nicht. Kann ich noch nicht, deswegen würde ich sagen, ich lebe nicht weit schlafen, aber vorher sage ich bye bye, meine lieben Freunde. Danke fürs Zusehen und bis zu in der nächsten Folge von Let's Play Far Cry Primal. Mit mir, dem... Ah, halb... Oh, 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 oh. Gerade noch vergessen. Mit mir, dem Darkie, dem Priest, dem Darkie Priest. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Und bis denn jetzt. Tschüss. Tschau.